... mit der Köhler Ostbau Stiftung verdienen. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch auch Ihnen. Meine Damen und Herren, ich bin wirklich, also fürchterlich enttäuscht. Ich habe nichts von all dem Positiven gewusst, was hier erzählt worden ist, besonders von der Professor Hampe. Ich danke allen Förderern, die diesen Preis möglich gemacht haben. Ich danke meiner Frau und vor allen Dingen dem Orchester, mit dem ich es zu tun hatte. Wie klingt Dirigent ohne Orchester? Hören Sie mal zu. So ist das. Der Dirigent lebt für das Orchester, aber auch vom Orchester. Ich wünsche Ihnen allen persönlich alles Gute. Nochmals herzlichen Dank. Vielen Dank.